Was bedeutet es, auf der Jena Crowd Unterstützer zu werden? Diese Jena Crowd ist wirklich eine coole Sache. Hier könnt ihr nicht nur ein eigenes Projekt einstellen, ihr könnt auch euer Lieblingsprojekt unterstützen. Wie ihr das machen müsst, was ihr davon habt und wie eure Spende bei diesem Projekt ankommt, erkläre ich euch in diesem kurzen Video. Ich bin Ronny und ich habe schon erfolgreich ein Projekt auf der Jena Crowd gestartet und auch unterstützt. Das tue ich, weil ich gemeinsam mit anderen viele kleine Projekte in und um Jena unterstützen kann. Schon mit wenig Geld kann ich viel bewirken. Wie kann ich ein Projekt auf der Jena Crowd unterstützen? Zuerst wähle ich mir ein Projekt aus, das ich bereit bin zu unterstützen und wähle danach einen Betrag, den ich gerne spenden möchte. Das Besondere an der Jena Crowd ist, dass ich für meine Spende auch ein Dankeschön auswählen kann. Bei uns war das zum Beispiel der Kurs ManTrailing, der sofort ausverkauft war. Die Bezahlung geht ganz einfach per Kreditkarte, Überweisung oder per Vorkasse. Sollte das Projekt am Ende nicht erfolgreich sein, bekomme ich völlig risikofrei einfach mein Geld zurück. Was habe ich davon? Mit wenig Aufwand unterstütze ich Projekte in meiner Stadt. Werde auch selbst ein Unterstützer. Schau doch mal rein. 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 Vielen Dank.